Wir wandern zusammen mit Mike Mohring und vielen Menschen aus Thüringen und Sachsen, vielen Freunden, denen die Zukunft unserer Heimat am Herzen liegt und die sich einsetzen wollen. Thüringen und Sachsen sind gute Freunde, schon seit jeher, aber wir brauchen uns auch für die Zukunft. Es gibt ganz viele Projekte, die wir nur gemeinsam erreichen können. Außerdem sind die Thüringer und die Sachsen halt sehr vernünftige Menschen und wir brauchen in der Bundespolitik diese Stimmen bei vielen Fragen, bei der Grundrente, bei den Russland-Sanktionen, beim Verkehr, bei CO2. Wir brauchen diese vernünftige ostdeutsche Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.